Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Depot-Update. Heute für den 27. Mai 2024. Vorab sei natürlich wie in jedem Video gesagt, das ist keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung. Alles, was ich sage, ist meine persönliche Meinung. Und falls ihr in Aktien, ETFs oder sonst was investieren möchtet, dann informiert euch bitte mal selbst und investiert auch immer nur das Geld, was ihr wirklich zur Verfügung habt und eben nicht gerade für Lebensmittel, Miete oder Sonstiges benötigt. Ja, heute ein sehr positiver Tag, würde ich sagen, bisher. 0,92% plus gemacht oder 90,49 Euro Cent. Wenn man hier mal so drüber guckt bei den Tagestrends, da sieht man, dass ganz, ganz viel im grünen Bereich ist. Natürlich ein bisschen hier auch was im roten Bereich, aber ja, hauptsächlich hier im grünen. Und wir fangen an mit Realty Income, meiner größten Position hier im Depot und sehen, ich bin nur noch in Anführungszeichen 11,2% im negativen Bereich. Also ich meine, von der Rendite her insgesamt 350 Euro nur noch in Anführungszeichen im Minus. Ja, da hat sich auf jeden Fall ein bisschen was getan heute. Ist gut nach oben gegangen, hier 2,52% oder 1,20 Euro, nachdem die letzte Woche ja immer gut nach unten hier verlaufen ist. Ich hatte dann ja nochmal nachgekauft, da ich ja meine Biontech-Positionen alle verkauft hatte und bin jetzt hier bei einem durchschnittlichen Beinen von 54,89 Euro. Und ja, hat mich sehr gefreut. Aber wie gesagt, ist auf die Woche hin betrachtet immer noch nicht da, wo es am 22. Mai ungefähr stand. Also mal schauen, ob die Aktie jetzt vielleicht im Laufe der Woche wieder auf die 50-Euro-Marke zugeht. Das wird sich natürlich herausstellen. Aber bisher einen guten Wochenstart auf jeden Fall hingelegt. Ja, British American Tobacco. Heute auch ein guter Tag gewesen. 0,53% letztlich, was natürlich jetzt nicht so dermaßen viel ausmacht. Aber hier ist natürlich immer schon mal schöner, als hier eine negative Zahl stehen zu haben. Wir sehen, dass die Aktie ab nachmittags, hier ab 15.30 mit Start der US-Börsen, schon ein bisschen nach oben gegangen ist. Davor war es eher so, ja, semi, eher im negativen Bereich. Und hier bin ich jetzt insgesamt 4,55% oder 55,77 Euro im Minus. Ja, dann Broadcom. Einen sehr positiven Tag gehabt, war eigentlich fast durchgängig im positiven Bereich. 0,83% oder 10,80 Euro. Und hier insgesamt jetzt 107,06% im Plus oder 481,77 Euro. Was natürlich auch echt, ja, super ist und mich sehr freut. Da bleibt man bei hier ja bei 630 Euro. Und jetzt gerade, wie gesagt, die Aktie hier einen Wert von 1306 Euro. Dann Lockheed Martin. Ja, nicht sonderlich viel passiert, sag ich mal. Den ganzen Tag eher im roten Bereich verweilt. 0,19% oder 80 Cent. Also völlig in Ordnung. Insgesamt 46% hier nichts. Desutrotz immer noch im Plus oder 270,40 Euro. Und ja, mal schauen. War ja in der letzten Woche ja gut gestiegen. Und jetzt mal schauen, wo sich das Ganze einpendeln wird. LVMH, der Tag war wieder mal ganz gut. 0,41%. Nicht sonderlich viel, aber solide. Die Woche war ja extrem abgerutscht. Letzte Woche hier teilweise bis 4,11% im Minus. Und insgesamt, wenn man sich die Wochenansicht hier ansieht, 2,82% oder 21,90 Euro, was natürlich auch noch verkraftbar ist. Aber ja, nicht so schön natürlich. Der Monat hier auch im negativen Bereich. Vor allen Dingen eben auch durch die letzte Woche hier, wo es nochmal ordentlich nach unten ging. Insgesamt bin ich hier 4,28% im Plus oder 30,94 Euro. Ja, Allianz. Allianz heute auch einen super Tag gehabt. 0,68% oder 1,80 Euro. Ist auf jeden Fall gut angestiegen hier. Vor allen Dingen im Laufe des Nachmittags. Und insgesamt bin ich hier mit dieser Aktie 37,76% im Plus oder 145,76 Euro. Dann Novo Nordisk war eigentlich ein sehr schwacher Tag. Hier 1% Minus gemacht oder 1,36 Euro. Macht aber auch nicht sonderlich viel aus, da die letzte Woche hier schon extrem gut war. 1,76% oder eben 2,14 Euro. Und der letzte Monat hier war auch echt extrem gut. Wenn man sich das mal ansieht, 4% hier Plus gemacht. Also ich kann mich gar nicht beklagen. Bin mit 184% hier im Plus oder 3,31 Euro. Habe eingekauft für 43 Euro hier pro Aktie. Also 43,53 Euro. Und habe 4 Aktien davon. Und ja, ist somit auch meine beste Aktie. Gerade im Depot. Unilever. Auch einen super Tag gehabt. Aber macht jetzt auch natürlich nicht sonderlich viel aus. 0,36% oder 18 Cent hier. Und insgesamt eine Performance von 12,95%. Oder eben 57,70 Euro. In absoluten Zahlen. Buy in hier bei 44,55 Euro. Dann Verizon Communications. Ja, auch ganz gut gewesen. 0,79% oder 29 Cent. Auch hier sind wir, ja, im Monat gab es eine Berg- und Talfahrt, sage ich mal. Also sind wieder fast hier bei Plus, Minus, Null auf dem Monat betrachtet angekommen. Jetzt nur noch 0,43% eben im Minus, was 16 Cent entspricht. Also könnte gut sein, dass das hier noch in der Woche, ja, wieder eingeholt wird quasi. Und hier bin ich 5,14% im positiven Bereich oder 24,41 Euro mit meinen 13,55 Anteilen. Dann Coca-Cola. Der Tag, ja, macht wirklich gar nichts aus. 0,14%, entsprechend 8 Cent. Nichtsdestotrotz natürlich hier im positiven Bereich, was einen ja auch dann immer freut. Und hier insgesamt 0,35% im Minus. Oder 1,65 Euro. Was jetzt aber auch, wie gesagt, insgesamt natürlich nicht so viel ausmacht. Next-Era Energy, ja, auch einen positiven Tag gehabt, durchweg im positiven Bereich gewesen. 0,56% oder 39 Cent. Und hier bin ich 3,52% im Plus oder 14,97 Euro. Was aber auch, wie gesagt, nicht so viel ausmacht. Ja, Walt Disney, 0,35 im Minus oder 33 Cent. Und insgesamt bin ich hier 36,58% jetzt im Minus oder 117,01 Euro mit meinen 2,17 Anteilen. Und mein durchschnittlicher Buy-in hier bei 146,97 Euro, was natürlich auch echt gigantisch ist und noch lange von dem entfernt ist, wo die Aktie eben jetzt steht. Da könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr mit Walt Disney machen würdet. Würdet ihr eventuell sogar nachkaufen? Würdet ihr die Aktie abstoßen? Es ist auch immer natürlich interessant zu sehen, was die Analysten hier bei Trade Republic sagen. 28 Analysten sagen eben, also 79% von diesen 28 Analysten sagen, dass sie kaufen würden. 18% sagen halten und 4% sagen verkaufen. Aber ihr müsst natürlich auch immer schauen, was sind das für Analysten. Also macht euch da ein eigenes Bild und verlasst euch nicht auf die Analysten hier bei Trade Republic. Ja, dann BlackRock. Den ganzen Tag im Minus gewesen. 0,65% oder 4,70 Euro. Und insgesamt hier 4,69% im Minus oder 7,03 Euro. Und die letzte Aktie im Depot, heute auch wieder der Top-Kandidat. Also auch wenn es absolut natürlich nicht so viel ausmacht. 12% plus gemacht oder 7 Cent. Und insgesamt bin ich hier nichtsdestotrotz 47,44% noch im Minus oder 115,85 Euro. Ja, mein Buy-in hier bei 1,28 Euro beziehungsweise 1,29 Euro. Aber Nel Azar, die letzte Woche auf jeden Fall extrem gut angestiegen. Hier 33,66%. Der letzte Monat hier 57,49%. Und wenn wir uns das Ganze mal aufs Jahr betrachtet ansehen, dann sehen wir, dass es jetzt nicht sonderlich viel macht, aber schon einen kleinen Impact hat. Und mal sehen, wie weit es hier noch nach oben geht. Ja, ich halte die Aktie ja, weil ich gespannt bin, wie es hier eben in, ich weiß nicht, 10 Jahren oder so aussieht. Können wir vorstellen, dass Wasserstoff eben, wie gesagt, noch eine sehr wichtige Rolle spielen wird. Und mal schauen, ob Nel Azar da nochmal so richtig abgehen wird oder nicht. Ist natürlich auch ein Risikokauf. Ja, das war es von meinen Aktien. Heute, wie gesagt, ein sehr positiver Tag. 0,93% im Plus oder 91,13 Euro. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es bei euch so läuft. Falls ihr ein Depot eröffnen möchtet, kurze Werbung in eigener Sache, dann könnt ihr euch natürlich bei einem Link unten stehend anmelden. Damit würdet ihr mich nochmal extrem unterstützen. Ja, ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend und wir hören uns beim nächsten Mal.